Die EV-Bären sind in Pokémon Karmesin und Purpur sehr wichtig, um schnell und effektiv immer wieder EVs ändern zu können. Und weil die Bären dafür so wichtig sind, möchte ich in diesem Video dazu nochmal flott ins Detail gehen. Zuerst schauen wir mal, wie bekommt man denn jetzt schnell genug von den Bären. Im Grunde funktioniert das genauso wie mit den seltenen Poké-Bären. Das habe ich euch in einem anderen Video gezeigt. Es heißt also wieder auf nach Puerto Marinedo zum Auktionshaus. Dort zu unseren drei Lieblingshändlern, die nach einem Tageszyklus andere Items anbieten. Dort können wir speichern und wenn wir jetzt in den Systemeinstellungen der Switch die automatische Zeiteinstellung deaktivieren und eine Stunde und zwölf Minuten auf die Uhr draufpacken, können wir das Spiel immer wieder neu starten, bis die gewünschten Bären erscheinen. Das dauert wirklich nicht zu lange und hier werden teilweise Pakete mit 80 Bären angeboten. Da kommt schnell ein sehr guter Vorrat zusammen. Es gibt die Grana-Bären für die KP, die Seetang-Bären für den Angriff, die Qualot-Bären für die Verteidigung, die Honmel-Bären für den Spezialangriff, die Laprus-Bären für die Spezialverteidigung und die Tamut-Bären für die Initiative. Die Bären funktionieren dann so, dass wenn ihr einer auf euer Pokémon einsetzt, 10 EV-Punkte in dem entsprechenden Wert weggenommen werden. Zusätzlich wird allerdings auch die Freundschaft erhöht, deshalb könnt ihr leider nicht einfach schauen, wie viele Bären ihr maximal einsetzen könnt. Am besten, ihr wisst ungefähr, wie viele EVs auf eurem Pokémon drauf sind. Ihr könnt aber auch ruhig etwas verschwenderisch damit umgehen. Immerhin bekommt ihr schnell mehr als genug davon. Wenn nach Einsatz der Bäre der Text erscheint, dass der Wert nicht weiter sinkt, wisst ihr auf jeden Fall, dass euer Pokémon in dem Wert 0 EVs hat. Im Zweifelsfall kann man das bei allen Werten dann einfach so machen. Dann kann es danach wieder mit einem frischen EV-Split weitergehen. Und das ist dann schließlich auch das, was wir wollen. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieses Video nochmal geholfen hat. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.